Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein Name ist Claudia Rennetzeder, bin Tirolerin und wohne in der Nähe von Wien in Bad Veslau. Ich mache Objektkunst, wie Sie da sehen im Hintergrund, Kunst aus Keramik, Glas, Stahl. Mein bestes Werk ist ein Objekt, eine Installation, genauer gesagt, aus Edelstahl und aus Glas-Keramik-Teilen. Dieses Objekt ist leider hier heute nicht verfügbar. In Liechtenstein habe ich noch nie ausgestellt, nein. Ich bin etwas überrascht, wegen der Qualität insgesamt. Im Prinzip habe ich keine Erwartungen, weil in dem Moment, wo man Erwartungen hat, kann man auch sehr leicht enttäuscht werden. Ich habe vielleicht andere Vorstellungen gehabt von der Möglichkeit, die Bilder hier zu präsentieren. Was ist Kunst? Kunst ist für mich ein Zusammenspiel aus handwerklichem Können und aus einer gewissen Kreativität und der Möglichkeit, die Dinge dann auch umzusetzen. Also ich glaube nicht, dass ich eine spezielle Botschaft habe als Künstlerin, aber ich habe eine gewisse Lebensphilosophie. Ja, und die ist, das Leben muss Spaß machen und ich möchte das tun, was mir wirklich Spaß macht. Ja, wir können das nicht- Untertitelung des ZDF, 2020